Hallo, schön dich wiederzusehen. In diesem ersten Basic-Video schauen wir uns gemeinsam die Konstruktion des Quadrats und des Rechtecks genauer an. Solltest du das Intro-Video zu diesem Lernzyklus noch nicht angeschaut haben, bitte ich dich, dies noch vor diesem Video zu tun. Du findest dort das für die Konstruktion von vier Ecken notwendige Vorwissen. Sehen wir uns jetzt das Quadrat als erstes näher an. Was für Eigenschaften kennen wir vom Quadrat? Das Quadrat hat jeweils zwei gegenüberliegende parallele Seiten. Alle Seiten des Quadrats sind gleich lang. Und das Quadrat hat vier rechte Winkel. Mit diesen Eigenschaften werden wir nun ein Quadrat konstruieren. Du benötigst jetzt ein Blatt Papier, einen Bleistift, ein Geodreieck oder ein Lineal, ein weiteres Geodreieck und einen Zirkel. Stoppe dafür das Video, bis du alles bei dir hast. Fangen wir mit der Konstruktion an. Wenn dir die Konstruktion zu schnell ist, pausiere das Video. Wir haben eine Seitenlänge von 5 cm gegeben und sollen ein Quadrat zeichnen. Zuerst legst du dein Geodreieck wackelt auf dein Papier und zeichnest eine Strecke, die 5 cm lang ist. Die Anfangs- und Endpunkte beschriften wir üblicherweise mit dem Buchstaben a und b. Sobald wir eine Seitenlänge gezeichnet haben, beschriften wir diese auch gleich. Wir wissen, dass das Quadrat nur rechte Winkel besitzt und alle Seiten gleich lang sind. Jetzt zeichnen wir im Punkt a einen Winkel, der 90 Grad groß ist. Der Nullpunkt am Geodreieck liegt dabei genau an der Ecke und wir markieren die Stelle, die 90 Grad auch angibt. Jetzt verbindest du den Punkt a mit der markierten Stelle. Nun brauchen wir noch die Länge. Die soll ja gleich lang sein wie die Strecke a nach b. Nimm dazu deinen Zirkel in die Hand und stelle ihn auf die Länge 5 cm mit Hilfe deines Geodreiecks ein. Stich dazu beim Scheitelpunkt a ein und schlage dann die 5 cm auf der neuen Strecke ab. Jetzt konstruieren wir im Punkt b die dazu parallele Seite. Dazu benötigst du zwei Geodreiecke. Das erste Geodreieck legst du an die zu parallel verschiebende Seite. Und das zweite Geodreieck musst du passend hinlegen, sodass du auch parallel verschieben kannst. Achte beim Parallelverschieben, dass du ja nicht verrutscht und verschiebe bis zum Punkt b. Dort zeichnest du jetzt eine Gerade. Für die Länge benötigen wir jetzt wieder den Zirkel mit den eingestellten 5 cm. Stich dabei in b ein und schlage dann die Länge ab. Jetzt brauchen wir nur noch die letzte Seite. Die bekommen wir wieder durch Parallelverschieben. Lege dazu das Geodreieck auf die Strecke a, b. Das zweite Geodreieck passend, sodass du nach oben parallel verschieben kannst. Und verschiebe bis zu den markierten Stellen. Und jetzt zeichnest du eine Strecke von der linken markierten Stelle bis zur rechten markierten Stelle. Es gibt auch einen anderen Weg, um den Eckpunkt C und dadurch auch die fehlenden Seitenlängen zu bekommen. Dazu verschieben wir die untere waagrechte Seite bis zur markierten Stelle parallel und ersparen uns das Abschlagen der Seitenlängen. So, jetzt haben wir bereits ein Quadrat konstruiert. Allerdings sind wir noch nicht ganz fertig, denn es fehlen uns noch die restlichen Eckpunkte. Die beschriften wir mit C und D. Jetzt können wir auch noch die überstehenden Seitenlängen wegradieren. Zum Schluss zeichnen wir noch die Winkel ein. Wir haben ja beim Quadrat vier rechte Winkel und die werden mit einem Punkt markiert. So, jetzt sind wir mit der Konstruktion des Quadrats fertig. Gut gemacht! Wie schaut jetzt die Konstruktion eines Rechtecks aus? Schauen wir uns zunächst die Eigenschaften eines Rechtecks an. Die gegenüberliegenden Seiten sind wie beim Quadrat parallel zueinander. Allerdings sind auch nur die parallelen Seiten gleich lang. Und wie beim Quadrat hat das Rechteck auch vier rechte Winkel. Halte nun ein neues Blatt Papier bereit. Der Rest für die Konstruktion sollte noch beide liegen. Gegeben ist ein Rechteck mit einer Seitenlänge A gleich 8 cm und B gleich 5 cm. Beginne mit der gegebenen Seite A. Die Länge dieser Strecke soll 8 cm betragen. Anfang- und Endpunkte beschrift er wieder mit A und B. Da das Rechteck ja nur rechte Winkel besitzt, können wir bei beiden Punkten jeweils eine normale einzeichnen. Zur Erinnerung, dass es eine senkrechte Gerade ist. Als erstes zeichnen wir den Winkel von 90 Grad in Punkt A ein. Dann verbindest du den Punkt A mit der markierten Stelle und schlägst dann die gegebene Länge B mit 5 cm ab. Du stichst dabei in den Punkt A ein und schlägst dann die Länge ab. Jetzt benötigen wir dazu eine parallele Seite im Punkt B. Diese bekommen wir durch Parallelverschieben. Wir setzen beide Geodreiecke an, sodass wir von Punkt A die Seite in den Punkt B verschieben können. Falls du nur ein Geodreieck hast, dann nimm ein Lineal zur Hand und lege es wie hier abgebildet an den Geodreieck an. Jetzt zeichnen wir noch die parallele Seite auch ein und benötigen nur noch die Länge. Dazu stichst du mit dem Zirkel in den Punkt B ein und schlägst die 5 cm ab. So, jetzt fehlt uns noch die letzte Seite. Diese bekommen wir wieder mit Parallelverschieben der Strecke A, B. Wir legen beide Geodreiecke wieder passend an und verschieben die Strecke A, B zu den markierten Punkten. Jetzt zeichnen wir die parallel verschobene Seite auch ein. Nun fehlen uns noch die Beschriftungen der Eckpunkte C und D. Jetzt können wir noch mit Hilfe eines Radierers die überstehenden Seiten wegradieren und zeichnen zum Schluss die Winkel ein. Und fertig ist das Rechteck. Jetzt bist du in der Lage, selbst ein Quadrat und ein Rechteck zu konstruieren. Bis zum nächsten Mal!